hallo meine leute ich bin zidabawa06 mit einer neuen folge minecraft heute spielen wir ein cityboot server in minecraft gg bros server name gg bros groß serveradresse ist lang port 5 8 9 6 8 könnte stopp machen und schon jetzt reinkommen also mein bruder spielt mit sagt mal hallo hallo ja okay wir sehen uns wenn wir spielen ey lass mal ding machen hallo meine leute ich bin wieder da mein bruder drei ninja ist die blau hast ne grünchen bruder lass mal hier das sind wir drei der bunte bin ich ich hab zu zeiten siebenhundert stich hochkunft ja ich bin schon jetzt alt geworden ich bin schon jetzt alt geworden die im noch kommt in das Leben noch ein bisschen manchmal wird er noch nicht gespürt legt liegen wo es bräuchte in blau bannern natürlich wollen die Wolle mit Schmerzen ein Haubein auch auch bei einem eine Pläne zieht sich für die Schmerzen so ist nicht so gut ist nicht so schön und sie sind ja nicht schön bei schlussend gelbe und schwarze weiße rote Lüge Lila gelbe Lala die Kamera runter ja jetzt gesperrt da wird ein schöner Banner schütteln die Kopenhs als Schüchel und Spannungszüge 3 Lüttel zieht aber letztlich Habschuh natürlich ich habe stoffe geht dann kommt das ist das ist ein blitz wie ich mache zwei stück also 18 18 und dann gehen wir jetzt mal nach Hause ich bin die Türen kann ich noch was brust gold mit Tür gold mit Gold hier bist du nicht gold du brauchst kein Gold diese gold ist heiler das ist gold mit heiß du brauchst eine gold mit Tür dann nicht die schluss k die ich habe ich habe k schon mal k die schweiz k man sagt nicht scheiße Spaß ist immer Spaß, versteht man ja, in alten guten Zeiten, in alten guten Muskelzeiten. Ha ha ha, ha ha. Hä, mein Brot aufsidium? Schwarzwolle. Komm mal, schwarzwolle. Dein Truss ist richtig. Ne, ist nicht. Ich nehme Bess getrennt. Beep, gebe. Das ist aber richtig. Habe, ein, come. Ich werde für einen Moment ein bisschen alleine spielen. Lass mal an den, nachher. Ach ja, ich habe gesagt, ich will ein bisschen rein. Ich werde keine Sache haben. Lüge Spaßkommissionen und zum Spiel Kostmann Köln Köln ein Köln 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 und und ja nun kann ich erden und schwarz wunderbar k mit welchem kunden nicht aber was ist? Ich hab 3 Wolle, die weiße und die weiße und die kann man Wolle kaufen nicht Jo, ich hab 3 Liga und 5 5 Normale und ich hab 5 Wolle kaufen Ich hab 3 Liga und 5 Normale Ich hab 5 Wolle kaufen 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 Wie viel Geld hast du? 0 Prozent 2.000 Euro so schiefst du ein heim ja nee danke ich reichte ich freue mich nicht ich brauche mich Menschen Korte die wie 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 ich hab mir zu viel gemacht ist ja guck mal ich hab mir zu viel gemacht ist ja guck mal guck mal guck mal guck mal junge nr schilder da ein Volk und so die 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 Ich bin doch grade bei! Sch-o-hah-ah! Sch-o-hah-ah-ah-ah! Schw-sch-o-ah-ah! Hopfsch-o-üpsch-o-up. Sch-o- warten, sch-o-up! Lass im Luss. Ich brauch ein bisschen... Ich muss mir jetzt Wolle machen, aber Schwezel... Weiße Wolle... Weiße Wolle. So schnell geht das leer. Banner. Ich hatte wenig Tente. 1000 Euro sichting Stück. Hab gekauft am lieben. 12. Du musst noch Banner machen. Drei Banner. Ich hab 16 Wolle gekauft. 16 Laufstow. Für 1000 Euro. Juck das jemals. Ja. Mein Partner. Mein Mitbewohner. Du hast einen Partner. Ja. Mein Mitbewohner. Ja okay. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Wie soll ich das machen? Wir wollten so ein Wunschwunscher machen. Ich wollte 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 so ein Wunschwunscher machen. Aber es ist auch egal. Es ist für die Geld illegal. So wie ein Kokain. Die verkauft sich. Es ist kein Dom-Dealer wie die anderen Menschen. Das heißt. Mine. Wir sind Mine. Und die Könner hierherkommen. Jetzt. Und die haben wir. Komm 13 in der sichere Fassel. Mein Name hier schreibe. Drei Diesel. Wir sind mal ein Stück. Hier steht ja üblich Flo JJ. Das ist mein Monat. Erkauf. Ja sein Bruder. Ich lebe hier mit. Ich lebe hier mit. In die anderen Gebiete. Es sollte ein Lager da hinten sein. Das ist ein Wunschwunscher. Da wir ein sehr viel. Sehr viel Arbeit. Aber sehr, 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 sehr viel. Ich habe glaube ich so. Aber bitte du. Ich schreibe gar nicht mal mit. Nein, zu schön. K outsiders. Ich muss bis hin. Ich kann nicht bis hin hin. Was kann nicht so gut sein. Habe ich schon. Keine Ahnung was reden soll. Ich sage es wie geht's. Scheiße. Wie geht's euch? Wer krank ist, gute Besserung. Wer Geburtstag hat, äh.. herzlich schwen Glückwunsch. Happy birthday blue. Mein Bruder ist sogar happy birthday to is. Happy birthday to is. Gott sei Dank. also herzlichen Glückwunsch von wo willst du es wissen mein junger Herr sagt er richtig wieder gar keiner ist Moment da bin ich wieder mein Bruder hat mich ein bisschen abgeschaut ja, wie kennt es doch wieder der höchste Gewinner ne, hat der aber heute leider nicht es ist noch a veces denn hageist einer d-l-d-d Gerhard wollen wir zusammen gehen solle e które wollen wir meine hat ich relacion bäst du fadu oder so k ich habe schwarze Farbe schwarze Wolle ich habe auch Geld ich habe auch Wolle schwarze Wolle ich muss gucken was man rote Wolle macht mit rote Wolle wie das schwarze Wolle schwarze Wolle erst mit dem Wettbewerb ein bisschen spazieren so schiebt und nicht an der Wettbewerb schwarze Wolle also die Sachen die über Tasche ist wenn ich stirb könnt ihr auch nicht vergehen als ein Schuss ui jo guck da wandere weiß ich kann nichts mehr aufnehmen bei euch ja 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 guck und ich 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 H auch mein Nasen läuft mein Nasen läuft jetzt hier boah was hat der hier gemacht der geprottet in den Erdnuss aber ich komme an meinen Job ich helfe dir hier alles aufzusehen. So war Risshead. Alter. Gemi startet. Gemi startet. Gemi startet. Gemi startet. Hallo. Wollen wir in Enten Games rein? Okay, jetzt gehen wir in einen anderen CityBild-Server. Der heißt Enten Games. Und wir sehen uns, wenn ich drin bin. Hallo meine Freunde, ich bin Suda. Wir spielen kein CityBild, leider. Du spielst kein CityBild. Ich spiel kein CityBild. Leider, aber ich spiel wohl FFA. Hey, wie sieht die Rasse nicht aus? Wir müssen sich gegeneinander töten. Elaba, klinge. Was? Wir sehen sich selbst in den Regenäufen. Nun, wo sind die? Nun, der will da verrecken. Komm, ich schick's mir runter. Ich denke, du darfst ein Name. Ich konnte ihn runterschicken. Ich verstehe die Rasse nicht aus. Ich verstehe die Rasse nicht auf. Leider, nein! Dann kann ich das nicht verwirrend. Ich verstehe die Rasse nicht auf. Ich verstehe die Rasse nicht auf. Ich verstehe die Rasse nicht auf. Hörlade. bei dem ich weiß nicht schluss in einem hohen schluss 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 eine jüngere die städte gut die schluss Junge, der hat sich runtergesprungen. Junge. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Video.